oder die versuchen tatsächlich da noch aufzukriegen ja ist auch auf natürlich oder war und raus nummer eins alles klar ja wenn das jetzt mal nicht mit fehler war noch drin zu bleiben ich dachte gerade ich hätte sowas gesehen naja gut der schreibfehler war gewollt okay alles klar gg aber wie man sieht das war ne russenfamilie anscheinend okay ach war der nicht derjenige der mich hier mal der mich ein paar runden vorher noch beleidigt hat weil das mori abgekriegt hat alles klar gina dann viel erfolg dabei schön dass du da warst ja du sagst es tridi äh chill danke ich habe von vornherein gesagt mein englisch ist scheiße habe ich von vornherein gesagt ja ja das blutnetz ist jetzt nicht so der bürner danke ich lerne ja nicht aus hoff dass das blutnetz dann doch echt mal wieder besser ist das ist ja echt oh ja das ist um einiges besser oha alter schwede das sieht ja hier also die komplette ecke sieht ja super aus hoi 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 learn learn yeah du schwärts mal merken danke oh mein gott und da steht john the phone als last summer dankeschön wie gesagt noch mal hier macht mich echt alle hier so was oder doch vielleicht ist das unser plan was ich bin grad etwas irritiert wo geht's aber man siehe ich habe einen rang als killer jetzt bereits schon geschafft ich habe gestartet bin 11 bin jetzt auf 9 blut hütte könnte interessant werden könnte anstrengend werden so 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 wie sind die blut alter blutspuren die blutspuren ey ihr macht mich fertig Zitat mark stream ok jetzt verstehe ich Wäre nicht das erste Mal, dass sich da einer versteckt. Aha, da haben sie einen angemacht. Ergo. Könnt ihr eigentlich gar nicht so weit weg sein. Ja. Ja. Joa. Oha, da kommt die Taschenlampe. Wow. Nice. Ich bin mal Dauerblend irgendwie. Hat sie ein bisschen zu früh geblendet. Da war ich noch in der Aufhebanimation. Das war dann doch ein bisschen zu früh, glaube ich. Oha. Oha. Das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Sie hat gewartet, bis Borrowtime so gut wie ausgelaufen war, um sich dann nochmal von mir hinten zu lassen. Das war eine richtig gute Aktion. Aber es hat auch den Grund, warum ich sie jetzt verfolge Weil sie hat, die andere hat es darauf angelegt, dass ich Ähm Was? Die hat es darauf angelegt, sie zu retten, während ich daneben stehe Borrowtime ist das eine, aber man kann es auch echt übertreiben mit dem Borrowtime Und ich habe es ja jetzt echt verloren, ey, wow Was zur Hölle war das denn jetzt hier bitte? Erklär mir das mal bitte, einer gerade Die Stretchbugs sind doch hier reingegangen und die Blutspuren Was zum Geier ist hier los? Alter Schwede, ey Glaub es echt nicht Also, gerade wieder ein bisschen merkwürdig alles Glauben Sie das mal? Glauben Sie das mal? Glauben Sie das mal? Alter, ich bin doch gar nicht mehr da gewesen Dann willst du mich eigentlich verarschen Also, die Hitbox ist manchmal echt Das Witzigste überhaupt hier in dem Game Hitbox ist ein Witz manchmal Ah, quick and quiet Ja, dat war wohl nix Da ist sie Und sie hat auch noch Adrenalin Wow Beeindruckend Wie hat die mich denn jetzt bitte geblendet? Wie konnte die mich jetzt blenden? Das muss mir aber bitte einer erklären, ey Das ist lächerlich Das ist wirklich lächerlich in meinen Augen Jetzt gerade gewesen Die Blendung Immer diese extrem Insta-Lampen Also, ganz ehrlich Lampen sind okay im Game Aber das ist wirklich jetzt schon übertrieben gewesen Ey, die hat mich ja nur mal kurz angeblinzelt Oh, wow Hast jetzt dicke Eier Ja, und jetzt? Wow Oh, man ey Und dann noch so die dicken Eier im Ausgang Ich liebe es Lächerlich Lächerlich So Packen wir mal die rein Und die rein Ich will da jetzt n Kill mit Ich will jetzt mit dem Meine Punkte wieder haben Warte mal Machen wir mal ein paar mehr Haken Ein paar mehr Haken Heftig, ey Die Lampe war gerade echt da Absolut Hardcore Absolut Hardcore Glückwunsch Glückwunsch Ja Also manche Leute sollten sich echt mal überlegen Was sie sich da für einen Namen geben Ivan Mastubovic Mastubovic Äh Lol Ja, genau Genau Sowas war das schon Ganz genau Habs gemerkt Ich sag ja Die hat mich nur mal kurz angeblinzelt Und zack war ich blind Das ist ja echt heftig Vor allen Dingen Ich hab mich reingedreht Und war blind Das ist ja echt heftig Das ist ja die Die ist ja die Die sind ja die